Ja, damit könnten wir jetzt alles richtig, richtig komisch machen. Aber upgrade mal hier ein bisschen. So, jetzt würde ich gerne die Artillerie bauen. Unter was auch immer die fällt, weil hier sehe ich sie nicht bei den Waffen. Achso, die hat einen eigenen Tab, ne? Ja, bau mal eine Artillerie. Oh, wir haben gar keine Explosives, kann das sein? Dann bau mal. Ah, da brauche ich das Zeug für. Ja, okay, wir können noch die Sache hier anfordern. Also ein Condor, Supercondenser und Magnete. Und dann bau bitte dich. Und dann schaue ich mal, ob wir Sprengstoff replizieren können. Das wäre nämlich ganz praktisch. Weil sonst müssten wir wieder irgendwo hunzligerweise mit den Flüssigkeiten arbeiten. Das hier ist momentan das Schreckgespenst von dieser Basis. Hier ist alles schön ordentlich in Reihung blieb. Und hier ist das Kudelnwolle mit den ganzen Flüssigkeiten und Molekülen und was weiß ich. Das heißt, wir müssten dann hier irgendwo Schwefel, glaube ich, abnehmen. Oh, wobei, ich glaube, das konnte man ganz ohne Flüssigkeiten aufbauen. Den Sprengstoff. Einfach nur mit Schwefel und noch was anderem. Schwefel und Kohle? Ich glaube schon. Guck mal, als ob es dann aber in der Fabrik geht. Sprengstoff. Sprengstoff. Man muss es auch gar nicht mehr bauen. Wir stellen jetzt also da unten wieder eine Chemical Plant her. Platzieren die möglichst ungünstig. Und stellen da Sprengstoff her. Und zwar hier. Da kommt nämlich Wasser raus. Bau da. Aber ein paar Rohre. Bricht das Ding ab. Das brauche ich eh noch. Rapid Fire Artillery. So. Also Chemical Plant. Du stehst im Weg. Hier hin. Die nimmt sich dann von unten Schwefelsäure raus. Wir sollten auch noch mal Ärmchen anfordern. Ditec Insurter. Nein. Wir hätten gerne Bobtec Insurter. Die sind nämlich besser. Und da ist die Kämmer geplant. So. Du brauchst auch noch Kohle. Und dann habe ich mir den Zugang mit Wasser verbaut gerade. Ja. Na gut. Ist nicht schlimm. Bau einfach. So ein Wasserpumpding. Entschuldigung. Du musst schon wieder abgebrochen werden. So. Wasserbauding. Wasserbauding. Wasser. Gut. Du. Das ist echt ungewohnt. Hier heute mit diesen gelben Kisten. Die sehen alle so gleich aus. Beschränk dich mal auf. So. Jetzt haben wir Sprengstoff. Sprengstoff brauchten wir. Für diese Munition. Und für die Raketen. Das heißt, wir müssen jetzt theoretisch irgendwo noch eine Fabrik bauen. Die Raketen herstellt. Der Platz hier ist belegt. Der Platz ist belegt. Der Platz ist belegt. Der Platz hier unten nicht. Da ist mein Tollisburg Ringe. Zing. So. Du stellst bitte Raketen her. Ganz normale. Oh. Welche? Ganz normale Rocket. Da wäre Explosive Rocket. Wir brauchen beides. Okay. Dann mach bitte. Hier. Die Explosive Rockets brauchen auch Rockets, oder? Ja. Rockets und Explosives. Gut. Bau einmal Rockets. Du bau Explosive Rockets. Dazwischen kommt ein Ärmchen. Kisten werden entsprechend beschränkt. Alles wird vergöttert. Du brauchst braune Chips, Sprengstoff, Eisenplatten. Braun, bumm, Eisen. Braun, bumm, Eisplossives. So. Sollten jetzt kommen. Sollten gebaut werden. Okay. Gut. Die mops ich mir schon mal. und stelle dann von Hand HE-Shails her. Was für eine Reichweite habt ihr? 200. Wie viel ist 200? Reicht das bis da oben? Dann baue ich das einfach hier zwischen irgendwo. Hier hin. Und hoffe dann, dass ich da nach oben schießen kann. Aber ich bezweifle es irgendwo. Wo ist meine M-Taste? Da ist meine M-Taste. Also von hier nach da. Aber das wird mehr als 200 sein. Das heißt, wir bräuchten... Wir bräuchten gleich eine Big HE-Shell. Die ist eine 2000er-Reichweite. Du brauchst echt lange zu bauen. Sollte gleich fertig sein. Was fehlt da? Es fehlt eine Gemischtschmelze. Eine Multipurpose-Schmelze. Kann ich nicht bauen, weil wir keine In-Ware haben. Das kommt mit auf die Liste. Bitte vorder an. In-Ware. Und dann die Multipurpose-Dinger bauen. Ding, 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 ding. So. Komm schon. Go, go, go. Gucken, wie groß das Ding ist. Es hat schon mal keine Grafik. Das... Das ist mir immer suspekt. Aber dann fehlt mir ein, dass... Die Rocket Defense, also das Gebäude, was man baut in Vanilla, um das Spiel zu wenden, dass das auch keine Grafik hatte. Jedenfalls die letzten Male, wo ich es gebaut hatte, hatte es noch keine Grafik. Wenn ich mich recht erinnere. Also ist das schon nicht so schlimm. Du. Da. Aha. So, und wie... Wie lasse ich das Ding jetzt schießen? Brauchen die alle so eine Target-Kapsel? Okay, dann fordern wir mal Rubine an. Weil ich Rubine ungern anfordern würde, das... Ich habe noch nicht mehr so viele Slots über. Das Müll ist schon wieder voll. Und das sind wirklich die Sachen, die ich fast immer brauche. Polierte Rubine jetzt nicht so wirklich häufig. Heißt, ich schnappe mir einfach ein Stack von hier unten und dann ist gut. Ja, ein Stack ist... Guter Scherz. Mach mal so. Das heißt, Plan ist jetzt, ich laufe in die Basis rein, schmeiße die Kapsel und laufe wieder raus. Ohne, dass irgendwelche Roboter von mir was töten, ohne dass Schulterlaser was töten oder ich selber was töte. Ich schmeiße nur die Kapsel rein und gehe. Und hoffe, dass die Artillerie... Da oben tötet schon jemand. Und hoffe, dass die Artillerie den Rest macht. Ey Jungs, könntet ihr meine Test-Subjekte bitte nicht vernichten? Ich kann euch nicht einsammeln. Okay, der Zug muss weg. Der Zug macht zu viel Ärger. Zug, komm her. Auch wenn du eigentlich gar keine Roboter mehr haben dürftest, oder? Egal, ein Sacken, ein Sacken. Zumachen. Döten. So, jetzt alles ruhig. Warum baue ich ein Basic... Achso, man braucht ein Basic Beacon, um das Ding zu bauen. Ähm... Ja, macht Sinn irgendwie. So Homing Beacon Zielsystem, Zielkapsel. Ja... Ja... Hält 20 Sekunden. Was heißt das jetzt? Dass nur 20 Sekunden lang die Artillerie dann schießen kann? Und wie schnell schießt die Artillerie? Da steht nämlich nichts von Damage pro Sekunde oder Schuss pro Sekunde oder sonst irgendwas. Das wird komisch werden. Das wird sehr komisch werden. Egal, schmeißt das Ding... Da rein. Eine rote Leuchtfackel ging an. Guck mal, ob hier unten irgendwas passiert bei der Artillerie. Ob die Munition noch rausgeht oder so. Sechs Schuss sind drin. Bisher nicht wirklich. Aber ich denke, das wird an der Reichweite liegen. Ich könnte mal jemanden anlocken. Genau hier. Bleibt mal da stehen. Ich regenere gegen und werfe jetzt einfach das Ding hier hin. Das sollte in einem 200er Radius drin sein. Und ich weiß, dass ich recht nah dran stehe. Aber ich hoffe das Beste. Das Ding schießt nicht, nö. Achso, vielleicht muss das einmal komplett die 20 Sekunden durchlaufen und dann schießt er. Nö. Ich hätte jetzt irgendwie eine Explosion erwartet oder dergleichen. Habe ich mal wieder irgendwelche Tooltipps nicht gelesen? Das mache ich ja mal ganz gerne. Okay. Wir haben keinen Stahl. Also nicht genug Stahl. Fordere mal 400 an. Ja gut, dann bauen wir als nächstes 12 Portable Fusion Generator und bauen den Big Bang. Aber ich denke, es wird eher daran mangeln, dass ich das Prinzip nicht ganz verstehe, wie man jetzt mit dem Ding arbeiten soll. Also falls ihr da Hinweise habt, immer eher damit. Wäre so die falsche Art von Munition drin. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass HI-Shales da reinpassen. Jedenfalls wäre die Anordnung hier so. Rockets dafür, HI-Shales dafür und so weiter und so weiter. Nee, nee. Oh, stimmt. Vielleicht brauchen wir Radarabdeckung. Das habe ich ja sehr vernachlässigt. Obwohl ich das immer wieder machen wollte. Bauen wir mal ein MK3 Radar-Dingens. Was jetzt ewig braucht zum Bauen, oder was soll's? Weil es kann gut sein, dass das Ding nur dahin schießen kann, wo es auch Radarabdeckung hat. Quasi als Zielerfassung für die rote Leuchtfackel. Also das Ding da. Das heißt, nur wenn die Kapsel geworfen wird innerhalb dieses hellen Bereiches, dann passiert auch was. Und der helle Bereich sollte jetzt wesentlich größer werden. Wham. Richtig. Gut, davon hätten wir gerne noch ein paar mehr. Zim, zim. Und die machen einen neuen Versuch. Ich laufe jetzt wieder raus. Stell mich so hin, dass es in der 200er Reichweite sein sollte. Also irgendwo hier. Weil die Türme haben, glaube ich, eine 80er Reichweite. Du, 75. Und die schießen bis hier rum. Aber sollte hier okay sein. Das heißt, ich pull jetzt mal... Oh, Königin. Königin, komm mal näher ran. Krieg, krieg, krieg. Oh, ne Rakete. Oder irgendwas. Komm schon. Go. Boom. Ne. So lange würde es nicht mehr dauern, bis die Rakete hierher getragen wird. Ja, hat wieder nichts gemacht. Und du hast immer noch sechs Schuss drin. Mäh, mäh, mäh. Das finde ich nicht schön. Ja, ich verteidige jetzt nochmal eine Radarschüssel woanders. Aber nicht wegen der Artillerie-Geschichte, sondern einfach nur, dass ich eine bessere Abdeckung habe. Also hier zum Beispiel. Das sieht schon mal besser aus. Das heißt, da hinten müsste auch noch eine hin. Haben wir auch noch. Und dann machen wir jetzt einfach nächste Folge. Also ich hoffe, dass irgendeiner von euch weiß, wie das mit Artillerie funktioniert. Den können wir das nächste Folge testen. Und sonst, was hatte ich noch? Ich hatte recht viel schönen Spielkram. Die Beacons hatten wir getestet. MK3 Beacons. Yuki wollten wir noch weitermachen mit der extraplanetaren Invasionsstreitmacht, die uns dann Geld gibt. Das sollten wir weiter in den Griff bekommen. Aber ich glaube, da war noch irgendwas. Fällt mir jetzt nicht ein. Also ja, weiter natürlich weiter forschen, weiter optimieren, weiter upgraden und und und. Wobei ich nicht denke, dass das hier noch ein Problem wird. Beim Strom? Nö. Nicht wirklich. Oh, wir könnten alles upgraden auf die besten Fabriken, die wir inzwischen bauen können. Können wir inzwischen die Dinger da bauen. Ich glaube, das war das höchste, oder? Nimm, 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 nimm. Ja, ich sehe nirgends. Doch, da hat Zahnräder. Assembling Machine 7. Crafting Speed 2,5. Die da hat schon 3,5. Achso, das sind die Ditek Crafting-Dinger. Ja, die Ditek-Sachen wurden irgendwie alle einfach abgehängt. Finde ich ein bisschen unfair, dass der Bob-Mensch einfach alles besser gemacht hat als die Ditek-Sachen. Da sollte so sein, dass die High-End-Sachen von Ditek genauso gut sind wie die High-End-Sachen von Bob, damit man beides benutzen kann und nicht zwangsläufig eher das nimmt, was überpowert ist. Mal gucken, wie das Balancing Diner in Zukunft noch aussieht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Bob-Maschinen aussahen, ob das auch ein Zahnrad war oder was auch immer. Aber wir könnten so oder so trotzdem das Aufstufen auf, also Fabriken bauen, die die Fabriken hier bauen, dann Upgrade-Planer machen für alle Fabriken und dann alle Fabriken upgraden, wodurch alle Fabriken alle Module verlieren. Was bedeutet, dass wir vorher die God-Module MK4 erforschen sollten? Und dann könnten wir in alle frisch abgegradeten Fabriken gleich die Vierer-Module reintunen. Das geht dann wesentlich schneller. Frage ist halt nur, können wir schon Vierer-Gott-Module bauen? Wo kommen die überhaupt? Da kommen die. Oh, da fehlt noch ein bisschen was. Ja gut, haben wir was zu tun für die nächsten Folgen? Also jedenfalls, was die Forschung angeht, dass ich nicht immer wild einfach irgendwas einklicke, sondern dass wir jetzt ein Ziel haben. Nämlich God-Module 4. Und dann die Fabriken und dann alles mit dem ausstatten und so weiter. Aber das sind nur Sachen, die wir machen, wenn gerade Zeit über ist. Geplant für die nächste Folge ist Yoki Aliens töten auf anderen Planeten. Also bis gleich.